Also irgendwie, seitdem ihr Anfang mal begonnen hat, hör ich dich ganz früh für die schrecklichen Blätter anzunehmen. Oh nein! Ich hab Flux verloren aus dem Schritt. Nein, ich hab Taint hier. Ich hab Taint in meiner Bude, Mann. Du hast Taint und mach sie weg. Ja, geht nicht. Hast du deine Tage? Nee, eigentlich nicht. Wo ist sie denn? Wenn du Periodos-Taints verlierst. Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Minecraft To The Stars. Heute mit dabei nur oder sogar oder wenigstens oder juhu, die Tai ist dabei. Schleimer. Hallo Tai. Die anderen haben heute leider keine Zeit, wir müssen aber trotzdem aufnehmen, damit diese Serie natürlich ununterbrochen für euch weitergeht. Von dem her, mal eine Folge nur mit uns weiter. Ja. Oder vielleicht kannst du auch zwei oder drei. Mal schauen. Mal gucken. Wir wollen ja immer nicht zu viel vorproduzieren, weil sonst kommt ihr ja gar nicht hinterher. Und... Oder wir müssten dann eine zu lange Pause machen und dann sind wir nicht mehr drin. Wär auch doof. Eben. Genau das. Ja, und Stefano hat versucht herauszufinden, warum das Vis-Relay hier im Taumhaus nicht gecraftet werden kann. Dann hat er gesagt, dass sich das Vis hier, sieht man da, regeneriert, aber irgendwie tut es das jetzt doch nicht mehr. Es hat's getan. Es ist bei 139 stehen geblieben. Ja. Das heißt, ich geh jetzt auf Reise, Stefan lädt den Schank für mich und baut. Und ich bin weg. Ja, genau, weil mir geht hier langsam der Treibstoff raus. Das heißt, ich verbrauche mehr, als ich produziere. Oder momentan hält es sich vielleicht noch so halbwegs die Waage, solange die Maschinen hier aus sind. Die großen, dicken. Mhm. Du hast Probleme, ey. Dafür habe ich hier schon mal einen dicken Baum gepflanzt. Was ist das heute mit dick? Sag mal. Fühlst du dich vielleicht irgendwie diskriminiert oder so? Nee, ich dachte, du meintest vielleicht Schlongus. Ist ja auch egal. Ich geh jetzt ins Magical Bayon. Ich geh nicht über Daniels Knüpp. I, was? Uh. Also nicht I, keine Ahnung. Ich will ihn ja nicht beleidigen, aber ich... Was? So reicht jetzt, ehrlich. Ähm. Ja. Oh, ich hasse dich, ey. Ähm, ich geh jetzt ins Magic Bayon und ich wette mit dir... Mainz? Warum steht da Mainz? Mainz. Dorf. Meteorit, Wüste, Dorf. Was ist denn das Mainz? Ist das Stan? Was auch immer. Ich bin mutig und geh alleine raus. Ja, und irgendwas wollte ich noch sagen. Wird es schon wieder dunkel oder habe ich jetzt Hallus? Nee, ich habe... Oh, es ist ein Baum mit Spin-Wieben. Ah, sind nicht reif. Ah, ist das ein Great Wood? Oder ist es ein Sarf? Darf ich es töten? Von mir aus? Habe ich schon getan. Ich, ja, kann euch auf jeden Fall jetzt... Ja, und ich habe, als ob ich mir eingebildet hätte, dass du auch mein Erlaubnis war, dass das ist. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach, ich weiß gar nicht, habt ihr das gesehen? Ich habe mir die Stiefel des Reisenden von TomCraft gemacht. Damit bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Und ich bin... Ähm, ich kann sehr schön hoch springen. Das ermöglicht mir vieles. Und es macht mich sehr glücklich. Und brauchst du Muskatnüsse? Ähm, im Moment tendenziell nicht unbedingt, ne? Das ist Schwarzeichenholz. Brauchst du Schwarzeichenholz? Ähm, im Moment nicht unbedingt. Aber trotzdem danke. Brauchst du ein Schwein? Ah, ne, du bist ja schon eins. Okay. So. Ich bin sogar mehrere. Ah, alles klar. Alles klar. Ja, wo habe ich denn das Biom jetzt? Ähm, ja. Ich brauche das Biom. Das ist natürlich... Ich weiß, dass es mal in diese Richtung irgendwo war. Aber es kann auch sein, dass ich wieder Murmel in der Behrens bin. Oh, was? Ich hoffe, dass das Dings lädt, ey. Ohne Scheiß. Ich verstehe dieses TomCraft einfach nicht. Ich glaube, ich bin hier verkehrt. Hm. Die sind alle kacki. Ich will hier nicht sein. Ich gehe jetzt wieder ein Stück zurück. Und dann werde ich versuchen, mich zu orientieren. Und ich will wissen, wer da meins hingeschrieben hat. Meins? So, ich stoppe jetzt erst mal. Moins? Moins. Ich stoppe jetzt erst mal ein bisschen Stuff hier in the Tash oder so. Keine Ahnung. Da nehme ich das. Dahin. Das Bett. Jetzt muss ich dann alleine in der Wildnis draußen pennen. Ey, das ist ja wieder ein Traum. Brauchst du noch Sand? Hm. Kann nicht schaden, was wir haben. Nee, ich gehe weiter. Schön. Was fragst du denn, wenn du es nicht ernst meinst? Ich muss jetzt erst mal kurz gucken, wie ich... Ich spring einfach mal über die Bäums. Piu. Aua. Ich spring über die Bäums. Aua. Das war doch hier irgendwo... Mann. Aua. Ich knüppel mir die Schuhe kaputt. Da ist ein Gorkun. Ich bring's mal um. Ich mein, Kotanga ist nicht da, ne? Nö. Im Moment auf jeden Fall die... Boah. Ja, Stefano. Walnüsse. Falls du deine mal verlierst, bring ich dir neue mit. Dann musst du Kokosnüsse mitbringen. Was? Ich hab ne Birne gefunden. Ich finde alles nur nicht das, was ich brauch. Die ist ein Sumpfgedöns. Ach, da ist diese hässliche Kacke. Wo ich mal mit Coutanche war. Aua. Ich tu mir nur weh. Aua. Ich hab keine Lust, mir alles zu brechen. Lass das. Ähm. Wir hatten doch die, 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 die Magic Biomes hier in der Nähe, oder nicht? Irgendwo waren da welche, ja? Das hab ich ja gut hingekriegt. Da sind Wieskristalle. Das ist doch umgedreht. Ich kann kein Wies mehr sehen. Mir reicht's jetzt, ey. Ich hab mir extra für den ganzen Shit, hab ich mir wirklich diese ganzen Sachen gecraftet. Nur damit es, ähm, Funktion opelt. Und jetzt ist gar nichts da. Ja, natürlich lande ich nicht im Wasser, ne? Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß das nicht. Ich guck mal hier rein. Ich bin fast bei meins. Okay, ich sollte vielleicht mal das Schwert ausrüsten. Und ich find das Magic Biome nicht mehr echt. Das ist mal... Was ist das? Wer hat hier... Was ist das? Ach, das ist von Stan. Da hat sich so ein Hüllenloch gebuddelt. Vielleicht hat sich so ein eigenes Grab geschaufelt oder so. Ich weiß es nicht genau. Stirb! Stirb! Hey! Blöde Kuh! Ah, geht doch. Ja. Ja, ich bin genervt. Das Einzige, was ich produzieren kann, ist Flux. Das heißt, aus mir sind zwei Wisps rausgekommen. Was ich ziemlich ekelhaft fand. Ich denk, was sind das für Geräusche? Weil wir haben uns versucht, nebenbei noch so ein bisschen schlau zu machen in Tutorials. Nicht wahr, Stefano? Ja, also... Ich bin übrigens zu Hause. Irgendwie hat man so ein bisschen gucken müssen. Weißt du, warum bist du schon wieder zu Hause? Ja, will ich ja gar nicht. Bist du gestorben? Nee, ach. Ich doch nicht. Ich muss jetzt dieses Biome finden. Was ist das da überhaupt für ein Kackbaum? So. Wer ist er? Ach, hier ist ein Greatwood. Ja, dann fälle ich ihn doch mal. Hallo, du sollst gefällt werden. Bist du blöd oder was? Ja, normalerweise hat man doch seine Schwarzwälder Kirschachs, um einen Baum anzuschlagen und dann explodiert er doch komplett, oder nicht? Wes? Na, wenn man so eine Schwarzwälder Kirschachs hat. Eine Holzfällerachs. Ja, sag ich doch. Ja. Ja, der explodiert dann eigentlich nicht, aber er sollte komplett in sich zusammen und das Ganze alles... Ja, aber das tut er ja nicht, der hässliche, dumme Baum. Ich tue mich schwer, einfach rüberzukommen und dir zu zeigen, wie es geht, weil ich habe ja auch so eine Axt. Gleich kriegst du sowas, ey. Ich schwöre dir. Reiz mich nicht. Ich bin schon genervt, weil das Ding da drüben einfach nie funktioniert. Ist das ein Kackbaum, ey. Ich hasse ihn so sehr. Wo ist das Magic bei ihm? Warum habe ich das denn nicht? Habe ich das nicht irgendwo? Mine? Dorf. Monsterfarm? Nein. Meins? Nein. Wie behindert kann man sein? Ohne Scheiß jetzt. Mal ganz ehrlich. Unentdeckter Tempel. Wüste 2. Das muss doch da irgendwo sein. Ich gucke nochmal nach, wenn es hell wird. Ich gehe mal nach Hause im Bett schlafen. Wenn ich eh schon hier bin, ne? Ja, wenn du eh schon da bist, dann kannst du das anrichten. Ich habe schon irgendeinen Gerümpel gehört. Ah! Dann habe ich eine Höhle ausgebuddelt. Und zwar eigentlich eher den alten Platz von Stan, wo er... Wie heißt es? ...unten seine Tinkerschmelze hatte. Ich habe schon wieder Fluxmatsche. Also irgendwie, seitdem die Anformel begonnen hat, höre ich dich ganz fürchtlich schrecklich... Ohnein! Welch wer ruht? Ich habe Flux verloren aus dem Schritt. Nein, ich habe Taint hier. Ich habe Taint in meiner Bude, Mann. Du hast Taint? Mach sie weg. Ja, geht nicht. Hast du deine Tage? Nee, eigentlich nicht. Wo ist sie denn? Wenn du Periodisch-Taint verlierst? Perry-Taint. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt... Holz... Greatwood hier auf dem Boden geklatscht. Ich habe es jetzt so weggemacht, ey. Dann müssen wir dich ja umbenennen in Taint-Taren. Taint-Taren? Hals, Maul, ey. Ich habe Taint aus dem Schritt verloren, mal wieder. Dann habe ich Wisps verloren. Dann habe ich jetzt schon wieder Flux aus dem Schritt Taint verloren, ey. Was stimmt mit mir nicht? Taint im Schritt hält dich immer fit. Eieiei, das sind drei. Willst du auch mal Taint im Schritt? Komm, mach mit. Taint im Schritt. Irgendwann werde ich mich mit Taint-Craft definitiv auseinandersetzen, aber nicht, solange wir noch nicht zum Mond fliegen können. Das ist jetzt eigentlich mein vorrangiges Ziel hier, die Maschinenproduktion so weit anzureizen, anzuhalzen, dass ich alles herstellen kann, was ich so grundsätzlich dann auf einer Mondbasis auch wieder brauche, außer natürlich die ganzen Galactic-Craft-Maschinen, die hier... Sachen in Galactic-Craft brauchen, die man nicht einfach so ohne weiteres automatisieren kann. Leider. Ich will ja nichts sagen, aber ich laufe hier seit zwölf Minuten rum. Oh! Ich laufe hier seit zwölf Minuten rum und habe nichts geschissen gekriegt. Ich habe ein bisschen Obst, Gemüse eingesammelt, das war es auch schon. Das ist sehr gut. Ich laufe jetzt einfach mal in eine andere Richtung. So ganz kurz, wo ich mir einbilde, dass ein Magic Biome sein könnte, müsste. Du sollst den Chunk geladen halt, Mann. Ich kriege wieder nichts gebacken, ne? Nur Taint im Schritt. Du, total... Ups, falsch. Wenn du hinter Kotankis Haus gerade wegläufst, dann läufst du eigentlich direkt auf den Magic Biomes. Ich wusste doch, es war irgendwo irgendwas. Warte mal. Also, wenn du von meinem Haus kommst und Kotankis Haus vorbeierst. Ja. Aua! Hallo? Bevor du jetzt hier stundenlang in der falschen Richtung rumwümpelst, habe ich mir gedacht, Elf, ich dir mal kurz auf die Spurme her. Mit mir stimmt eh schon was nicht, irgendwie. Ja, aber so hast du die Chance, in dieser Folge noch ein Magic Biomes zu gucken. Vielleicht. Ich kann dir auch nochmal gucken. Es sei denn, du verläufst dich auf dem Weg wieder geradeaus. Herz Maul. Darauf habe ich... Was? Was hast du gesagt? Darauf habe ich gewartet, dass du sagst, das heißt Maul. Ach so. Auf jeden Fall, das zeige ich euch jetzt, wenn ich hier schon hier bin. Hier unten habe ich diese Kackschmelzen-Kackerla-Pup hingestellt. Dann haben wir gesagt, so, okay, das bauen wir aus, komplett mit Obsidian. Und was passiert, ey? Ich habe da so zwei Stacks Bleibaren durchgeknüppelt. Und was ist? Kommt genau da der Riss, ne? In Stefans Kackbude, ey. Es ist so unfassbar. Ich verliere es aber, ey. Auch das ist nicht normal, ey. Ohne Scheiß, ey. Ich habe die Schnauze voll. Alles ist nicht normal hier. Nein, ich kriege hier nichts gebacken. Ich bin komplett geistesverwirrt hier. Hallo, lass mich hier rein. Das wäre ja noch Normalzustand. Oh, ich hänge in der Tür. Ich habe gedacht, dass Taint vielleicht ein bisschen den Schritt flüssig macht. Slippery macht. Ach ja, wir haben hier Herzchen bekommen. Jeder von uns. Ich habe ein Herz bekommen. Auch Taya hat ein Herz bekommen. Und auch Stan hinten hat ein Herz bekommen. 139, Stefan. Wollte ich gerade gucken, ja. Hallo. Weil Kotangi hat uns, nachdem sie jetzt eine Woche in Urlaub gefahren ist, ein bisschen Liebe dagelassen. Das lassen wir natürlich hier auch stehen. Deins mache ich weg. Du spinnst wohl. Das hat mir Kotangi hingestellt. Das machst du gar nicht. Das mache ich weg. Lalalalalala. Lalalala. Stirb, du kacke, lacke Huhn. Ich töte dich. Ich habe Frust. Ich kann nämlich kein Wies-Relay bauen. Und das Huhn ist schuld. So. Ach, da war es. Ich bin in die komplett entgegengesetzte Richtung gelatscht. Das ist natürlich nicht so gut. hey stefan ich habe ich habe ein magic bei ihm gefunden und zwar ganz alleine ganz alleine so ganz ohne meine hilfe und richtungsvorgaben klar bin stolz auf dich ich weiß nicht was du hast das freut mich gut dann sind wir dort angekommen ich nehme meine holzwelle holz nein schwarzwälder kirschachs nämlich jetzt ich mag dieses tom kraft irgendwie nicht das ist nicht so wie das vorher ich bin sehr traurig würdest du mir dann irgendwann bei zeiten hätten herauszufinden was ich tun kann damit sich dein tisch weiter auflädt ich habe gerade genickt und eine schmolle gezogen ich weiß nicht ich bin seitdem wir hier anfangen und so und seitdem ich das ding habe ich echt das gibt es einfach nicht ich was soll ich denn noch machen außer suchen habe ich schon wieder irgendwelche spackungen oder so oder sind es binne du musst mir sagen wenn es dunkel wird weil ich habe mein minecraft auf komplett hergestellt na oder sind fast ein schießen oder schon nein mit alpha die scheiß maus regt mich auf ja ja meine maus ist der meinung hier immer mal wieder zu diskonnecten das macht der urala harabada an scampi hallo ist der wer als maul ganz kurz bitte ich nicht sonst bin ich gleich tot was stimmt in meinem schwert nicht okay jetzt kannst du wieder reden wenn du möchtest ausnahmsweise wo ist der scampi hä ich höre ihn doch ich sollte die fassaden nicht mischen wobei seines kabelfassades andreas nur was man kriegt es wieder auseinander was war das ich höre doch hier noch scampi und ich wollte eigentlich den baum finden den ich angeknackst habe aber ich kann ihn nicht mehr finden was habe ich jetzt da gehabt zuckungen spackungen du bist gleichen spackungen probleme du hast gleich probleme warum habe ich jetzt den verkehrten baum gleich mit abgeerntet ich wollte eigentlich so ein paar saplinge besorgen und ein bisschen holz einfach mal so weil ich dachte das würde mir gut tun mal ein bisschen raus aus diesem drecks loch ich höre doch ein scampi so wo ist das stück jetzt werde ich echt sauer da unten ist ein hässlicher ich schieße doch nicht in mein gesicht du hässliches objekt ich erschieße dich ha mit einem schuss du hässliches grümpel ich hasse dich oder ist noch so ein hallo pils jungen wir kriegen hallo sehr gut so gibt es jetzt ein paar saplinge hiervon nein das missfälsch mir sehr ach so ich kann im ach geil ich kann geil ich kann ich spring einmal und drück während ich gesprungen noch einmal hammergeil dann kriege ich zwar leichten damage und meine schuhe gehen auch leicht im arsch aber ist egal also hast du schon double jump drauf anscheinend wie ich dass du zwei hoch springen kannst was machst du gerade ich mache vermutlich gleich ins bett gehen bitte nein gibt ja geh bitte schnell ins bett ich habe angst ich habe angst ein bisschen ich bin im bett goll dann mache ich doch mache ich doch fast alles für dich übrigens opa die zeit ist um ja ich wollte auch gerade sagen und mit dieser übernachtung können wir dann auch gleich die folge beenden hat mir sehr viel spaß gemacht dich in dein selbst gefundenes magic biome zu lotsen was du ganz alleine gefunden hast ohne meiner weg beschreibung hey komm ich habe immer einen tante im schritt das weist ihr den weg zumindest wieder zurück okay ich hoffe es hat euch auch gefallen und ihr schaltet dann auch beim nächsten mal wieder ein bisschen hin und tschüss tschüss